so hallo wir machen weiter beim super mario maker 2 nach gerade fünf testaufnahmen ist jetzt endlich da alles synchron das war dann wieder ganz komisch aber jetzt passt es hoffe ich sehr wenn nicht springe ich ein bisschen im dreieck letztes mal haben wir einige an klick level geklärt und jetzt gehen wir wieder auf den stern denn es ist schon wieder glaube zwei oder drei tage her dass ich aufgenommen habe und gucken mal was uns hier ganz aktuell neuestes erwartet dann werden die quickman stage von wbc ein wintervolleyball von rabaross und das war's ok dann gehen wir rein und gucken mal was uns so erwartet und dann würde ich innerhalb dieser aufnahme auch wieder ein paar multilevel spielen wollen und vielleicht einen neuen endless one mal gucken so du 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 das war ein schneller checkpoint ok ich muss irgendwie verhindern ach so muss ich verhindern dass der die trifft oder muss ich dafür sorgen dass der die trifft ich verstehe nicht was ich tun soll weil wie komme ich denn was soll ich denn also was soll ich denn am der reich denke ich muss die selber treffen und jetzt jetzt kommt das dritte ach so also dafür die nicht treffen ok ich muss den selber abschießen so wie der mich versucht abzuschießen muss ich ihn abschießen ja gibt irgendwo sind das war suboptimal aber schöne momentaufnahme aber muss man erst mal verstehen was da gefordert ist jetzt habe ich es verstanden ich werfe ihn ab und er mich er versucht zumindest ähm 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 oh boy oh boy das ist gar nicht so simpel aber aber interessante idee okay nice weniger nice ach und dann ist er hier ich sehe die schlüsseltür halt jetzt erst oha ich sehe die schlüsseltür halt jetzt erst okay ja dann ist klar was ich tun zu tun habe was da was da verdammt verdammt okay so so easy jetzt aber ei 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 oha nein ach nö das hätte ich noch treffen können wo ist er denn da okay den kriege ich du weißt die kriege ich aber nein das hat nicht oh ich dachte das trifft jetzt die non-off das hat den non-off nicht getroffen okay so okay jetzt könnte ich es fertig machen ach das gibt es doch nicht oh 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 der würde treffen cheiei wo ist er denn Er ist weg. Aber, hä? Aber ich habe keinen Schlüssel. Also, wenn er runtergefallen ist... Ich sehe nicht, fährt er irgendwo auf der Plattform jetzt noch rum? Was macht der? Wo ist er? Hey, jetzt ist er hier! Plötzlich war er wieder da? Ach, komm. Ach, komm. Ne, da gehe ich mich vorher umbringen. Vielleicht gehe ich mich nicht. Doch, ich gehe mich vorher umbringen. Sehr gut. Ei! Jetzt ist es ja schon falsch. Toll! Ja, ist natürlich super, wenn man... Habt ihr es gesehen? Der hat sich gerade selbst mit seinem Schneeball abgeworfen. Ich hätte den Schlüssel bekommen. Lull! Nein! Oh, nicht schon wieder. Ja gut. Dann muss ich jetzt drauf spekulieren, dass er sich wieder selbst abwirft, ja? Kollege, komm, wirf! Wie hat er das eigentlich geschafft? Wie hat er sich gerade selbst abgeworfen? Der hatte... Hä? Wie? Nein, nein! Ah, das trifft ihn auch. Trifft ihn ja gar nicht. Also, Rabaros hat schon interessante Ideen, aber... Oh, ne. Aber leider sind die auch ziemlich nervig. Uff. Wow! Na, das ist genauso wie das andere Shooter-Level von ihm. Das hat so viel... ...nervigen... ...nervigen... Oh mein Gott! Nein! Oh. So viel nervigen Kram. Also, ich glaube irgendwie nicht. Da hat er den... Nicht, 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 nein. Dass wir hier Erfolg haben werden. Nein! Nein! So, die habe ich meistens bekommen und mit der habe ich ihn meistens auch gleich abgeworfen. Okay. Und dann kommt die... Oh nein! Und dieser Treffer darf nicht passieren. Oh, es ist doch immer der gleiche Ablauf. Das gibt es doch nicht. Ich habe mir hier kaum Einfluss. Ah, der hat irgendwie mit der anderen Plattform sich da damals anscheinend gekillt. Ich weiß es nicht. Mensch! Wie gesagt, die Idee ist cool, aber die Umsetzung macht jetzt nicht wirklich Spaß. Muss ich leider... Geht im... So sagen. So, die kommt her. Dann schmeiße ich ihn ab. Okay. Zweite Stage, ohne dass der on-off gedrückt wurde. Das ist doch schon mal was. Okay, die könnte ich kriegen. Aber dann... Ah! Okay, die könnte ich kriegen und... Yes! Oh mein Gott. So. Dritte Stage. Jetzt darf gar keine Kugel mehr durch. An keiner Stelle. Die kriege ich. Yes! Vierte Stage. Ah! Himmelhilfe, Alter! Himmelhilfe. Das hat keinen Spaß gemacht. Das hat keinen Spaß gemacht. Ah, wirklich nicht. Das war nicht so schön. So! Schönes... Schöne Musik hören wir uns jetzt noch an. Schöne Musik hören wir uns jetzt noch an. Wait, ist es... Muss ich... Darf ich nicht rennen? Ach, walk. Da steht's. Okay, ich walke. Ich hab mich schon gewundert. Irgendwie klingt das verkehrt. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab mich schon gew gehört. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab mich nicht. Ich dachte, es ist ein Level, wo ich was spielen kann, aber es waren nur Musik hören. Das ist natürlich schön, aber ich dachte, ich kann was spielen. Ich konnte leider nichts spielen. Schade. Okay. 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 Gut, ist jetzt die Frage, gehen wir gleich zum Multi, gucken wir noch was anderes an vorher. Jetzt haben wir halt, wie lange haben wir jetzt? 15 Minuten. Dann machen wir noch ein bisschen uncleared. Warum nicht, ne? Muss ich das jetzt nochmal einstellen, nicht auf neu. Muss ich das jetzt nochmal einstellen oder ist es schon... Es ist schon. Okay. Ähm. Was ist, wenn ich das komplett leer lasse eigentlich? So, like, ich mache einfach gar nichts an. Achso, dann kann ich nicht OK drücken. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Ja gut, let's go. Mal gucken. Was wir so bekommen. Hä, eins, was ich geherzt habe, aber nicht geschafft habe. Das ist nach wie vor uncleared. Ne, es hat nur 0%. Ah ja. Hä, was ist jetzt passiert? Wieso Panga? What? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr da bin, wo ich hinwollte. Das ist doch... Was habe ich falsch gemacht? Oh. Okay. 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 Aber da sind es halt trotzdem relativ viele neue einfach oben, ne? Hier ist ein... Ein 24.05. Gucken wir uns das mal an. Aber das sieht schon wieder so komisch aus. Oh Gott, ne. Das ist nichts für mich. 19.05. Okay, allein schon wegen der 88 muss ich spielen. Denn es waren 88 Versuche bisher. Das ist jetzt der 89. Versuch. Jetzt haben wir auch nicht mehr dieses komische, dass es immer 8 Leute waren, die es gespielt haben. Das war ja ganz... Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. Okay. Wir laufen einfach mal weiter, weil... Warum nicht? Okay, hier brauche ich dann den Schlüssel, ja? Was macht die Tür hier? Nicht das, wo ich hin wollte. Was? Was? No. Soll das eine Art Troll-Level sein? Das ist eine Art Troll-Level. Ach so. Das hat anfangs nicht wie ein Troll-Level gewirkt. Also überhaupt nicht. Gut, dann fliegen wir jetzt mal da hoch. Ich meine, wir wissen jetzt ein bisschen, wohin dieses Level gehen will später. Aber, äh, okay. Bin ich hier oben. Also hier gibt es wahrscheinlich noch gar keine roten Münzen in dem Abschnitt. Das ist so, das ist so die, das ist diese... Das ist diese Ruhe vor dem Sturmabschnitt, habe ich den Eindruck. Das Level wirkt noch ganz normal und freundlich. Und dann wird einfach ein Troll-Level draus. Hier ist nochmal eine Schlüsseltür. Hier kann ich aber auch nirgends rein. Okay. Und dann sind wir hier. Oh Mist. Oh Mist. Das war nicht, was ich wollte. Wo war jetzt der Stern? Hier war der, ne? Nee. Hier. Okay, nice. Okay, da macht er Umkehr. Wie lang kann ich den behalten? Lang genug. Ich verstehe nicht. Egal. Hier konnte ich theoretisch einfach durch. Nice. Jetzt wissen wir auch, wo wir den Wandschiffel... Also wo wir das da anspringen müssen. Da. Da. Oh, jetzt wäre aber der Troll sogar nicht möglich gewesen, weil ich ja eh mit dem Ding den kaputt hätte machen können. Nein. Ach Mist, jetzt ist mein Dings weg. Ach Mist, jetzt ist alles weg. Shit. Ja, schade, ne? Was ist hin Wrong. Oke? Was willst du mir jetzt erzählen? Rio. What? Why sterbe ich denn da einfach? Also, ich verstehe ja viel, aber ich habe nicht verstanden, warum ich da jetzt einfach gestorben bin. Oh, da oben kann ich auch rein. Was ist da oben? Huch, ach so. Ja, moin. Lol. Jetzt sind einfach mal die fünf roten Münzen. Und damit könnte ich jetzt in die Tür hier rein. Aber ich könnte auch in die Tür hier oben rein. Ach, Mist. Und wahrscheinlich wird die jetzt zu der anderen Tür. Ah, alles klar. Also ist der komplette Anfang fake. Und man muss durch das Troll-Level kommen. So. Ach, Mist. Das war schon wieder komplett. Ja. Ah, verdammt. Na gut, ich bin klein. So, wo war jetzt? Was war jetzt? Ach ja, das hatte ich nicht verstanden. Genau, das hatte ich überhaupt nicht verstanden, was hier los ist. Da kommt dann einfach so eine Plattform her. Aber was nützt mir die? Es ist ja nicht so, als ob ich da rein könnte. Oh, kann ich also doch. Okay. Genau das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Aber Ja, eben. Damit komme ich ja hier trotzdem nicht durch. Ach so. Verstanden. Verstanden. Glaube ich. Weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht schneller, der Weg hier rum. Ne, das ist nicht schneller. Das ist Quatsch. So, ich möchte weiterhin das Viech hier gerne behalten. Wenn ich das schnell genug... Na, so funktioniert das nicht. So kann ich mich auch nicht drehen, ne? Wenn ich geduckt bin, kann ich mich nicht drehen. Ja, verdammt. Ach. Ach. Käse. Käse. Alles Käse. Ich weiß nicht, ob auf den anderen Seiten hier irgendwas ist. Deswegen springe ich lieber genau am Rand hoch. Wie gehabt. Okay, jetzt habe ich den ja ausgelöst. Jetzt muss ich eigentlich nichts mehr machen. Jetzt kann ich hier reingehen. Kann warten, bis die Plattform kommt. Und komm dann mit dem Ding wieder raus. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir würden es, wie gesagt, alles verhindern, wenn wir es schaffen, dieses Teil einfach zu behalten. Das kann eigentlich nicht so schwierig sein. Ich würde es ja mit dem Stern, wie gesagt, könnte es hinbekommen. Aber jedes Mal den Stern hier mitnehmen, ist auch nicht so... Oh, ich habe eine viel bessere Idee. Okay. Ja, moin. Ja, moin. Ob ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Wobei, jetzt brauche ich den nicht mehr. So, ich gehe da rein, genau. Wo soll ich denn da hochkommen? Na bitte. Nein! Okay, aber ich bin noch groß. Das ist immer noch besser. Jetzt muss ich nur hier... Okay. So, hier kam ich mit genug Anlauf durch. Yes. Ich habe das Gefühl, das ist nicht optimal durchdacht, to be honest. Das Problem ist, ich habe halt den Pilz dann verloren an der nächsten Stelle. Na, hier habe ich den Pilz halt verloren, weil... Ja, ach! Käse! Ich weiß jetzt halt nicht, ob es so funktioniert. Yes! Jetzt passt die Geschichte. Und jetzt kann ich da oben durch. Okay. Direkt bei der Tür hoch, oder kommt da ein Block? Okay. Ich traue dem P-Switch-Braten hier überhaupt nicht. Aber will ich, komme ich da drüber? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay. 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 Das ist ja besser als alles andere. Ach so nicht. Oh, wait. Ach nee, da kam ich schon mal raus, ne? Aus der Röhre kam ich raus. Ja, ja, ich erinnere mich. I-Member. I-Member. So. Zack. Tschüss. So geht's natürlich auch. Wir versuchen weiterhin, das Blatt zu behalten. Da halten wir das Blatt halt nicht. Aber hier komme ich wahrscheinlich eh nicht durch mit. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier komme ich nur klein durch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, so ein Käse. So. Nope. Okay, es war ein Versuch wert. Dann gehen wir nicht durch diese Röhre offensichtlich. Und dann gehen wir nicht durch die Röhre offensichtlich. So. Wir bekommen einen weiteren Versuch. Ah. Mit. Dem. Blatt hier durchzukommen. Nein. Krass alles. Jetzt hat das wieder nicht funktioniert. Ah. Ah. Ach so. Stimmt ja. Der kann mich ja eigentlich gar nicht. Der kann mir eigentlich gar nichts, wenn ich da... Ja, nice. Ja, nice. Jetzt ist es eine Blume. Ich muss das machen. Oder was? Jetzt habe ich den Pilz noch. Okay, also es bleibt nur diese Röhre eigentlich. Sie könnte aber auch von der anderen Seite. Oh nein. Oh nein. Ich habe zwei Unmöglichkeiten, durch die Röhre zu gehen. Ach so. Okay, was ist jetzt wieder los? Wir gehen mal zurück. Okay, da passiert nichts. Was könnte falsch sein, diesen Block hier auszulösen? Was könnte passieren, dass es falsch ist, diesen Block hier auszulösen? Ich kann mir nichts vorstellen. Warum ist da jetzt eine Ranke? Ist hier irgendwas versteckt? In dem Abschnitt? Die Frage ist halt, muss man den on-off auslösen? Dann fällt der da runter, ist klar. Dann komme ich nicht durch. Oder aber löst sich woanders vielleicht selber non-off aus. Kann ja auch sein. Ich laufe durch. Okay. Wie? Möp, möp. Oh nein. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Ah, Mist. Wir sind am Anfang. Mir ist übrigens gerade mal in den Gedanke gekommen, was wäre denn, wenn am Ende eine Schlüsseltür ist und man diese Münzen hier trotzdem einsammeln muss? Nur halt nicht für die Türen, die wir gesehen haben, sondern halt für andere Türen. Was wäre denn damit? Das kann ja auch sein, ne? Das kann ja auch sein, das kann ja auch sein. Oha. Gutes Rutschi. Gutes Rutschi. Gutes Rutschi. So, also das hier, na, aber... Ich meine, was macht die denn großartig? Achso. Die zerstört ja alles. Ah, das hatte ich vergessen. Dann ist es schon richtig, da reinzugehen. Dann ist da reingehen schon richtig. Ja, jetzt ist klar, dass ich hier sterne. Aber dann ist da reingehen der richtige Weg. Oh Gott, Leute, ich bin so verwirrt, ne? Ich bin so verwirrt, ne? Ich bin so verwirrt, ne? Das ist ja das. Ich bin so verwirrt, ne? Ich bin so verwirrt, ne? Nee, ich bin so verwirrt. Aber wie gesagt, dann ist hier reingehen der richtige Weg. Aber was dann? Ich habe jetzt ja nur die Option, den auch noch auf auszulösen, weil wenn ich den nicht auslöse, der Röhre ist ja falsch gewesen. Das Feuer kommt nochmal hoch, normalerweise. Kommt es nicht? Oh mein Gott. Was? War das nicht gerade ein Ankleid? Nein. Wer? Wer hat mir den Erster gestohlen? Ah nein. Wer war das? Wer ist der Hund? Squirrel. Du Hund. Ach, das hieß Mario, nicht Rio. Lull. Oh nein, Squirrel, du Hund einfach. Boah, Frechheit. Einfach den ankleid gestohlen. Aber das war von Mai. Das war jetzt echt Zufall, dass der das gerade geschafft hat. Ach, verdammt. Blödes Timing. Okay. Nehme ich aber. So, Lemmys Castle ist auch ankleid. Gucken wir mal kurz rein. Erst mal Dev-Exit zu. Okay, keine Dev-Exits. Ja, vielleicht ist ja auch wirklich einfach nur schwierig und kein Troll. Ich bin nur gerade so ein bisschen auf, es könnte alles ein Troll sein, ne? Aus Gründen. Oh shit. Oh wait, oh wait, oh mein Gott. Ah, verstanden. Aber das ist... Ich glaube, er ist echt ein schwieriges Level. Ganz unironisch, ohne Troll. So. Oh nein. Okay. Jetzt kann ich hier rein. Jetzt betreten wir das Castle. So was rechnet man natürlich. Oh Mist. Okay. Ich fürchte, es ist nicht möglich, den Helm zu behalten. Ach Mist. Oh, es ist möglich, den Helm zu behalten. Ich habe nichts gesagt. Oh nein. Oh no. 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 Mist. Aber es ist möglich. Wenn ich es gut time, ist es möglich, den Helm zu behalten. Okay. Gut zu wissen, dann kann ich mir nämlich hier einfach den Kopf anstoßen. Tut mir das nichts. Ich hätte immer noch einen Helm dabei. Ja gut, jetzt ist die Plattform weg, ne? Ah, die Lava steigt auch gar nicht höher. Aber die Plattform ist halt weg. Da hat auch keinen Bock, wieder zu kommen. Ach, die Plattform ist ein Wiggler. Ja gut. Das war nicht so gut. Ich glaube, wir gucken uns das Level beim nächsten Mal an. Das scheint ein schwieriges Level zu sein, aber ich würde es mal gerne spielen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.